1 action ja servus ihr lieben leute von heute ich bin der code da drüben ist die liebe ja wir müssen da das ohr aufmachen so ja stimmt ja ach du schade das jetzt leute was ist das jetzt Ah, ich bin tot. Ich auch. Ah, ich bin wieder tot. Ich bin auch. Oh, meine Fresse. Oberfläche. Endlich. Oberfläche. So, und jetzt? Ich komme nicht hoch. Ich bin tot. Ah, Flamme. Wir sind, wir haben Tageslicht. Ich glaub's nicht. Oh Gott, scheiße. Ähm. Leute, wisst ihr was wir machen? Ich weiß es nicht. Wuh! Wuh! Ja! Spider-Man! Ah, scheiße! Ich bin kein Spider-Man. Ja, Baby! Jawohl! Hä, warte mal kurz. Ich hab schon so viele Spiele von Spider-Man gespielt. Auch der neueste Teil. Und dann fehle ich bei so nem Ding. So. Und genau? Dürfte ich ganz kurz mal was bei den Zuschauern fragen? Ach so. Ähm, ich wollte mal fragen, Leute. Ich spiele privat sehr viel Spider-Man. Ob ich das auch mal so ein, zwei Folgen mal aufnehmen sollte. Oder mal das Projekt machen sollte. Ja, meinst du das Spider-Man 2? Ja, ich habe auch die anderen Teile gespielt. Ich habe auch ein Gamecube, ähm, Spider-Man Teil. Kann man das auch zu zweit spielen, oder? Coop? Äh, ich... Spider-Man 2? Kann man ja zwei Spider-Man spielen. Ob das hier zu zweit geht, weiß ich gerade nicht. Okay. Wär ja cool. Äh. Ich frag mich, wenn du da rüber gefunden bist. Ja, ich habe mich da mit meinen Magneten auf das Rote gestellt. Ach so. So. Also noch mal. Also an und für sich morgen... Also vielleicht gehen zwei Folgen morgen. Dann müsste ich aber noch schauen. Na, ist mir wirklich schön. Ist ja richtig cool. Aber ich kann es noch nicht fix sagen. Aber es schaut doch mal gut aus. So, warte mal kurz. Warte mal, Rotz. Ich zieh mich doch mit dem Schmittenroten an. Ich komm doch da gar nicht hin. Äh, ich probier mal... Ne, ich geh mal da rüber. Warte, bleib mal da. Bleib mal da. Ja. Und ich geh mit meiner Laterne. Ah, Leute, ich bin droht. Ah. Mit meiner Laterne mit dir. Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne. Flamme. Ja? Ich muss ehrlich sagen. Also... Die Eiswelt war bis jetzt das beste in dem Spiel. Ich fand, wo man den Tino gesteuert hat. Das war... Das ist geil. Gewissen. Die Eiswelt, ja. Die ist extrem schön. Ähm... Also, ich glaub du... Ich weiß nicht. Ich muss... Ich muss zu dir. Weil... Ich muss da helfen, irgendwie rüber zu kommen. Weil das ist ja sinnlos, wenn du da nicht rüber kommst. Ich geh mal runter wieder. Ohhhh... Nein! Weil an und für sich... Ja, aber Osti... Ich... Rot zieht sich bei mir an. Ich kann da nichts machen. Genau. Ich weiß. Aber was... Wie kann ich dir da helfen? Also, ich weiß es nicht. Ähm... Ich kann nur erstens probieren, mal den Anlauf zu nehmen. Warte mal. Ich hab die Idee. Okay. Ja, das muss ich machen, weil... Ah, verstehe. Ja, genau. Ja, aber das dauert einen Augenblick, bis ich da... Wenn sich das hinkriegt, glaub ich. Ja, genau. Ja, genau. Das müsstest du... Ich glaub, du müsstest dich da rüber irgendwie transportieren. Und... 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 Ach... Sehr gut! Sehr gut! Ja! Servus! Blubi! Hallöchen! Und weiter geht's! Ich kann dich immer noch nicht abwerfen mit Schneebellen. Ich finde, das ist eine Frechheit. Das muss auch hier nicht mehr der... Nein! Ja, schade! Der Eisweit war die Beste! Was heißt wahr? Ich steh hier noch ein bisschen Eis! Und... Und... Oh, meine Fresse! Oh, meine Fresse! Wuii, jawoll! Das ist für die Wahl! Ah, Hilfe! Das zieht mich nach oben. Bitte, Wolda! Aua, Hilfe! Boah, das war jetzt Glück. Alter, das sind aber schon schwierige Sprünge. Okay, dann haben wir da drüben, genau. Oh, meine Fresse! Flitzen! Auf, Leute, nein! Nein! Aua, diese blöde Ding. Ich bin da, ich habe es geschafft. Ah, opala. Ich habe es geschafft, Leute. Ja, du musst dir einen kleinen Pinz hier drüben. Ja, ja, ich warte auf dich daweil. Ich warte auf dich, Flami. Jetzt schauen alle mir zu. Hilfe! Jetzt schauen alle der Flami zu. Hallo, Leute. Jawohl. Auf! Super. Na, ist das interessant? Sehr. Was haben wir da oben? Ah, das sind die Sachen, die wir reparieren. Das ist eine, was wir noch reparieren müssen. Also dann, ziehen wir sie ab. Ja, das packen wir. Oh, jawohl. Ja, super, Leute. Was passiert jetzt? Ah, jetzt haben wir, es pumpen wir. Dann geht er rein. Ja, genau. Gehen wir da rauf einmal. Noch ein Generator? Gehen wir rauf da. Wir müssen weiter. Frosty, warte auf mich. Ich fahre da mal. Wuhu. Jawohl. Wir sind wieder in der Schneewelle. Ja, ich will die Chance nehmen. Wuhu. Alter, was fliegt da? So, und jetzt? Müssen wir nochmal da runter. Ah, wir müssen da wieder runter. Ja, fein. Die Generatoren sind bis jetzt die schwierigste Frage. So, und was machen wir? Hallo, was seid ihr für Arbeiter? Achso, was müssen wir da jetzt machen? Guck mal, einer fehlt noch. Ich glaube, der da. Kann das sein? Nein, da leuchtet ich. Aber doch, ein Rohr ist schon, ne? Ja, ein Rohr. Wir müssen ein, wir müssen es einem Rohr folgen. Genau, was rot ist. Wir müssen dem Rohr folgen. Jawohl, super, Leute. Ah, du Heilige. Was ist das? Ist das Lava? Die Lava muss frei. Ah, nein, ich will da nicht rauf. Was? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme schon. Du musst auf die andere Seite. Ah, ja, genau. Wo ist da? Hä? Darfst du das rote Teil? Achso, du kannst es nicht. Was muss ich da tun? Warte mal kurz. Da kann ich jetzt nichts machen. Vielleicht da rein. Ah, da muss ich die Steuern dann. Du musst das für mich öffnen. Bin dabei. Ja, genau. Öffne das mal für mich. Ich probiere es, aber irgendwie passiert da nichts. Da passiert gar nichts. Ah, warte mal, da oben, da ist so ein rotes Stöppel-Ding da. Ja, das kannst nur du machen. Das habe ich nicht gekonnt. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt muss ich das für dich machen. Du bist auf der anderen Seite. Oh, die Lava ist doch schön. Lava ist grausam. Lava ist böse. Ich weiß, Flami. Du bist Flami. Aber es ist böse. Ja, genau. Du musst aus mir die Brücke her. Ja, super. Jawohl. Super. Einfach. Nein, 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 nein. Das ist Lava. Lava böse. Ja. Da, das ist zu. Da kann ich nichts machen. Lass es mir schwer, dann sitzt du zu stolz. Das ist zu. Ja, ich muss auf die andere Seite. Ich muss hier rüber. Wohin? Ich glaube, von da kam ich. Ja, ich weiß. Ich gucke ja gerade. Du musst da hoch. Nö, von da kam ich. Ja, aber was ist denn? Ich will um. Da oben ist da noch eine Sache. Aber da kann ich nicht. Ja, aber da musst du mich mit der Leiter hin. Ah, mit der Ding. Schau, da kann ich nicht drüber springen. Alter, es ist schwer, das zu steuern. Das kann ich mir vorstellen. Au, das ist die Wand. Alter. Wie soll ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Da ist die Wand. Ich komme da nicht hin. Da ist steil. Und es ist heiß hier drin. Ich weiß. Ich weiß. Ach, das war's. Ah! Ich stelle mich mal ganz rauf. Es macht ganz nicht egal, was ich habe. nach oben andere richtung was magst du BD sorry das muss nicht sein so jetzt musst du runter Alter ich check das Level nicht ich glaube du musst du dir machen wo ich gehabt bin ich glaube du warst in der falschen deswegen probiere ich das gerade irgendwie zu drehen ja ich merke dass du es irgendwie drehst wie gehe ich da mal runter ja noch ein bisschen rüber ja 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 sehr gut ich kann rauf also ich habe es gedreht Hallo Flami nicht schon wieder so steil sonst rutsche ich runter ich muss ja irgendwie nach hinten hinkommen runter schwimmen da unten geht es durch unter dem glas da ja genau siehst du das ist steinig probiere mal dort rein zu kommen vielleicht ist es vielleicht hat sie dann doch irgendwas öffnen ich glaube ich muss da irgendwas machen ja du musst jetzt wahrscheinlich eine andere Position suchen du malst für den anderen Teil ja für den anderen Teil so warte 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 lass mich drauf lass mich drauf ich bin doch nicht drauf warum musst du warum willst du drauf wenn ich mit der anderen Seite okay ja weil ich auf die andere Seite muss so jetzt einfach nur drehen da rüber andere Seite andere Seite andere Seite ja genau und nach oben jawoll fertig das war bis jetzt das Schwierigste von dem Spiel glaube ich oh ja Leute oh Alter mein Schäde brummt bei diesen das hat nichts mit der Brille zu tun ach so ich habe gemeint weil das gerade so schwierig war ja schau da mal danke 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 oh Gott sei Dank äh wo muss ich hin ich mache das nicht nochmal ich war ja ich rutsche Leute was denn das hättest du machen müssen das war so dermaßen schwierig ja ja ich weiß wie schwer die Steuerungen das sind ich habe Kopf wie ohne Ente vor dieser scheiß Steuerung ich weiß wie schwer die Steuerungen das sind wir spielen das nochmal ich spiele das nochmal dann spielst du May ich will dich damals sehen wie du das machst ah oh mein Gott ja jetzt müssen wir da drehen schauen mal oh Alter bitte oh die Maschinerie läuft so jetzt will ich aber Schokolade sehen ja Hilfe das werden wir zur Schokolade verarbeitet ich hoffe nicht aber wir kriegen keinen oder was ja nur die anderen oder wie wollen mich eigentlich ey Horst du bist ja da ein bisschen mir wird schwindel ich mir auch fast geschafft oh das wird richtig hell oh meine Fresse Leute so die Schneewelt war zwar ganz schön vor allem im Dezember bei uns aber können wir jetzt mal irgendeine andere Welt machen ja oh wie hell es werde licht ja ich hoffe der bringt uns bis ganz nach oben oh das ist ein Ski-Lift ist geil sehr gut ja dann mal rein oh hört so schön aus nur ohne Schnee haben wir einen Berg auch wo man so hochfahren muss ok weißt du dass wir seit Rosys Geburt nicht mehr im Urlaub waren echt ist es wirklich so lange her jep wieso gehen wir nicht mehr Skifahren naja Rosy kam zur Welt und dann mussten wir eine Menge Rechnung bezahlen ja ja das haut hin ach und dann mussten wir das Loch im Dach reparieren ach erinnere mich nicht daran wenn wir erstmal das Haus verkauft haben haben wir vielleicht etwas Geld übrig für einen Wochenendtreppen du könntest mit Rosy ins Waterland ja das ist eine super Idee sie fragt schon immer wann wir da endlich hingehen und dann fahren Rosy und ich wenn ich dran will ja dann kann sie zweimal hin zweimal Spaß ja ja zweimal Spaß apropos Spaß fahren wir ein Rennen oh ja oh Rennen fahren ist cool nicht sparken mach mal die Tür auf hier ja aufmachen da halt dein Blatt fürs Cody ja halt du deine Brille fest das wird eine wilde Farbe ja so was will ich wirklich mal im echt machen wirklich wow wuuu alter ahahahahahahaha wuuu ah Leute Hilfe wie gesagt die Mario Kart war ich immer gut ob es hier auch so drückt sehen wie mir das Licht angeht ja Leute Leute oh naaa ui ich sag doch nicht mehr so schnell ich sag doch nicht mehr so was gut hahaha okay jetzt hab ich's verschrieben uah 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 los 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 uah 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 ah iick bin tot uah 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 ha 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 was ich so eine weiß schon was aber da gibt's keine schneebierlhaufen was ist da los da kann ich auch okay okay ja 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 da ist was ja da mal das kann man nicht glaube ich ja ja denke ich auch gerade aber ich mich an den krank oder sonst ja schau doch mal wo müssen wir das hin dahin damit man drauf kann darüber da schau mal ich glaube das soll so ein vorfahre sein verstehst du von den bewohnern von der steinzeit oder so was ist das da eigentlich ja da kannst du da drauf jetzt benutzt es und können gehen darauf und dann haben wir nicht schon wieder so ich bin da so es muss ich wieder hinschieben ich weiß eine seelfahrt ist lustig eine seelfahrt ist du kannst jetzt glaube ich nein kann ich nicht wohin muss ich darüber muss ich nicht darauf nein okay so schauen wollen ja leute ich glaube du kannst das eis auch zerstören hallo warte mal kurz wo da unten ist der eisblock kannst du auch mit einer schlampffattacke ja sehr gut dann machen wir in der nächsten folge weiter ja bis dahin okay ciao tschau 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 tschau